Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu World of Warped Legend. Wir befinden uns hier in der Dunkelküste, ja gesagt hier in der Naul der Leere. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen kleinen Wasserfall. Ich möchte euch einen Erfolg vorstellen. Dafür müsst ihr einfach hier in den Wirbelsturm rein. Das funktioniert aber nur als Allianz. Dann werdet ihr hier reingesorgt, keine Angst, ihr könnt auch nicht sterben. Dann befinden wir uns hier in einer Höhle. Und hier gibt es eine Questgeberin. Die Göttin segne euch. Müsst ihr hier eigentlich nur die Quest annehmen. Wenn ihr die Addons killen, dann bekommt ihr am Ende sogar einen Erfolg. Für müsst ihr einfach nur den hier sehen. Ja, wenn ihr den gekillt habt, nehmt ihr hier die Quest an. Soweit wir die Quest angenommen haben, müssen wir einfach hier aus der Höhle wieder raus. Die Stufe ist relativ egal. Die Addons, die sind alle Level bereits 15, nicht mal. Geht in Frieden. Von daher hat die nette Dame uns jetzt hier wieder rausgeportet. Und hier finden wir im Lord Daniel auch die Rechnung. Die Göttin schütze euch. Die Göttin schütze euch. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Peace. Okay. Ciao. Tschüss. So. Hm.